Heute betätigen wir uns mal ein bisschen sportlich. Wir zocken Lehmel Body Combat auf der Quest 3, aber nicht einfach das normale Spiel, sondern den Mixed Reality Modus. Wir können nämlich jetzt während dem Rumkämpfen und bewegen, können wir unsere echte Umgebung sehen. Da werde ich euch ein bisschen was zeigen. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de.vr. Danke an meine Sponsoren Voodgoos VR, Open Events und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! So Leute, hier sind wir im Spiel. Und ja, ich musste erstmal tatsächlich selber schauen, wie zum Geier schaltet man den Mixed Reality Modus ein. Also man sieht hier gar nichts. Man kann auch nicht auf eine Menü-Taste drücken oder so. Auch wenn man hier ein Level startet, das geht einfach nicht. Und jetzt guckt mal, da, da unten auf dem Boden. Zack. Ja, da soll mal einer drauf kommen. Also da habe ich jetzt echt nicht hingeguckt. Aber gut, ist halt so, ne? Guck mal. Das ist schon irgendwie krass, oder? Also ich bin jetzt hier in meiner echten Umgebung. Ja, und hier wird so ein Teil groß geschnitten. Und runter. Also wir müssen natürlich tolles Rohr draufschlagen. Das Coole ist, dass du jetzt direkt schon siehst, wem du außersehen eine reinzimmerst, weil du siehst ja deine echte Umgebung hier. Also man muss die Bewegung natürlich schon drauf haben, aber ich habe das natürlich jetzt noch nicht so oft gezockt. Und dann bin ich bei dir in diesem Spiel. Also wenn diese Wände kommen, soll man ja eigentlich nicht die Brüste bewegen, ja? Das muss ich noch lernen. Weil man soll ja die Muskeln trainieren. So, das meine ich jetzt hier. Und zwar sollen wir hier einfach so zur Seite gehen, ja? Ohne die Füße. Also so, ist schon abgefahren. Jetzt rennt ich ja mein Handy. Hier ist meine Couch. Ja, es ist schon ganz witzig, ne? Ich meine, das ist jetzt natürlich nicht so der Overburner, dass ich jetzt hier sagen kann, ja, das ist jetzt Hammer Mixed Reality. Aber es ist halt ganz witzig, dass du ab und zu mal gucken kannst, was hier los ist, ja? Das Spiel macht aber auch wirklich Spock, also abgesehen von Mixed Reality jetzt mal, ne? Das ist wirklich toll. Toll, das Workout-Spiel. Macht richtig Spaß. Krass. Are we gonna take this one home, peeps? Okay, it's on like Donkey Kong. Oh, it's on like Let's Not Body Combat. Jeff, left, right. Oi. You stand on your ground and now you're gonna move out of the way, but you ain't moving your feet. There you go. I mean, da gibt's natürlich viel, viel schwierigere Levels. It's gonna come a little bit faster. Watch out, watch out. Shoulder rolling. Bam, 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 bam. Und ihr müsst, je fester ihr draufschlagt, umso mehr Punkte gibt das natürlich auch. Come up. Power training time. Power up. Ah. Hit that sting in that hammer. Now turn into these hooks. And if that helps, make a little bit noise. You can shout at me. Because I can't hear you. Hit it like Serena. Boom. Your name is going up to the top. War meine Knochen knacken, schon habt ihr das gehört. Because all I do is, all I, all I, smash that blue ball. Boom. Ja, krass, oder? Oh, das sieht aus, als wenn das hier auf meinem Gesicht ist. Boden ist dieses Ding. Good work. Voll cool. Great score. Wie hättet ihr meine Wand erkannt, die jetzt hier rauskommt? Ist schon cool, ja? Okay, we don't come this close to stay where we are. Next time you're gonna get it. Kann schon was. Neues Level 2. Ja, wie gesagt, ich habe erst angefangen damit. Und ja, so sieht das halt aus. Also ich finde es cool. Mir macht das Spaß. Wobei ich manchmal die Ladezeit ein bisschen unangenehm finde. Also beim ersten Mal hat es halt sehr lange gedauert. Und hier kannst du halt gucken, was du genau trainieren willst. Hier den Upper Body. Hier kannst du noch deine Wochenziele angeben. Full Body Hype. 16 Minuten. Das musst du dir mal reinziehen. Ich bin jetzt schon durch. Ja, komm, den machen wir noch. Ich kann mich erstmal hier hinsetzen. Das ist ja das Coole. Kannst du ja erstmal hier schön machen. Gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass das Regal dann direkt vor mir ist. Aber das macht ja erstmal nichts. So, jetzt sind die Ladezeiten auf einmal kurz. Naja, was soll's. Sieht übrigens sehr, sehr cool aus, ne? Diese 3D-Darstellung hier von der Dame. Ich muss jetzt irgendwas holen und dann runterschmeißen. Okay. Mal gucken. soon to be your favorite move, the knee. The first thing you see, is a white target above your head. So you're gonna grab the target. Then following the music, you're gonna follow the trail behind and smash your hands down. Guck mal. Bam. Ich finde das cool, dass das so schön erklärt wird immer, ne? Komm, guck mal, guck mal, krieg mal nicht hin. Komm, schauen. So, so müssen wir stehen. So, jetzt holen wir das Ding mal. Und bam. Wie noch faster. Ich spinne ja wohl. Das ist schon geil, oder? Zack. Boom. Also immer, wenn es irgendwelche Sachen gibt, die man vorher noch nicht gemacht hat, kommt so ein Tutorial. Das ist schon cool, oder? Feel that power through the core. Hold up, last one. Hold, go. Oh. Yeah. Kann schon was, oder? Danke. Now that's all done. I think you're ready for the full experience. Let's go. Oh, let's go. So, jetzt. Ich brech mir alles ab hier. Alright. I've made it. You're playing it. We're on. Let's go. Oh, das klingt ominous. Ich bin ein bisschen schade. Dumbi. Schön haben sie es da. Ich hab dich. Vielleicht hast du mich. Let's start. Frances. Oh, oh. Wir beginnen mit dem Knochen. Oh, es geht schon los. Wir beginnen mit dem Knochen. Wir beginnen mit dem Knochen. Halt es. Kugel. Ist das jetzt nur sowas? Oder sind da auch noch die anderen Moves mit drin? Der Knochen. Ah, ja, okay. Okay, okay. What's this then? Oh, it's a jab. It's another jab. And here's the knees. So, to get power here, you're going to have to pull your supporting leg under the body. Switch your core on. Exhale. Alright. There you go. Here comes some jabs. Huh. Let's go tempo. Huh. Grab and release. Left knee. Left knee. Nein. Boah. Ey, wie. Irgendwie. Manchmal habe ich das Gefühl, der lässt das los. What does that mean? It means your muscles remember what's happening. And get strong for it. Huh. Uh. Drive those hands right down the outside of the thigh. Zack. Ja, komisch. Irgendwann, vielleicht lässt sich das außersehen los. Ich weiß nicht, aber boah. Hands up, hands up. Let's go for some punches. Jab. 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 Cross. Do it again. So you've got three on the left, one on the right. Now we're going tempo. Two quick jabs. And again, but add a cross. Tang, tang, tang. Two jabs. And again, but add a what? Bring that back cap around and deliver the cross. Hallo. Deliver it like you, DHL. Cool. Ich finde aber, das hätte noch ein bisschen anders sein können, dass man vielleicht ganz in der echten Umgebung ist und nicht nur so ein Teil hat. Das wäre auch ganz cool. Aber dann hätte man es vielleicht nicht so gut erklären können. Keine Ahnung. Aber so ist es schon ganz cool, dass du halt zumindest einen Teil von deiner Umgebung siehst. Get that leg under the body. Inhale, exhale. Where's your punches? Right? Left. It's time to really load that punch, hey? So inhale. Now exhale. Drive. Yeah. Könnt ihr mir ja perraten, was ich hier falsch mache? Warum lässt er das manchmal los? Winde it up. Boom. Muss ich das irgendwie anders anfassen? Also ich halte das mit beiden Gripptasten. Oder liegt das da dran? Bring your jabs. Nee. Jetzt zum Beispiel. Habe ich das zu weit runter gezogen? Ah. Oder? Nee. Ich ziehe es mal ganz. Nee, weiß ich auch nicht. Wie war das Timing-Game? Huh. Oh. Oh. Yeah. Der Bruder und Sport, ey. Zwei ganz unterschiedliche Welten. Ha ha ha. Ist das geil, oder? We're going to be hitting these boxing stripes pretty quickly now. Okay, lead hand. Come on. Smack it. Smack it. Smack it. Now cross. Take your chin in and just wait for your timing. It's going to be quick now. Dynamic. Again, dynamic. And now turn. Dynamic. Wait till the very last minute and then really snap the jab. Power through the cross and then breathe out with it. Come on, hit it. Hit it. Hit it. Box schon. Also es ist schon Bewegung. Ich habe auch meine, meine, ich kann jetzt zum Beispiel, dann sehe ich meine Uhr hier. Na, warte, ich muss jetzt mal gucken. Körper, ah, guck mal. Dein Gerät hat potenzielle Anzeichen von Stress erkannt. Meine Uhr. Also hat geklappt anscheinend. Weil ich schock das jetzt auch schon ein bisschen länger als ich das Video mache. und deine Herzrate wird aufhören. Tuck ihr chin down, nur ein bisschen, auf diese Powerjabs. Tuck ihr chin down und geht es sehr, sehr, sehr. Tung, tung, tung. Also jetzt, leicht, schnell. Go. Drr, dyrr, 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 dyrr. Dyrr, dyrr, dyrr. Dyrr, dyrr. Dyrr, dyrr. Dyrr, dyrr. Dyrr, dyrr. Dyrr, dyrr. Irgendwie ist das... Normalerweise beschwert es mich halt immer darüber, wenn die ganze Zeit labern. Aber das ist irgendwie ganz cool, finde ich. Es hat irgendwie was. Also da ist meine virtuelle Uhr und hier ist meine echte Uhr. Mein Puls ist auf 111 gerade gewesen. Das ist schon krass. Also du merkst schon wirklich, wie... Ich hoffe, ihr könnt das überhaupt sehen. Warte, soll ich das nochmal so zeigen? Ich hoffe, ihr seht das. Hier ist mein Puls von der Uhr. Jetzt geht es schon wieder ein bisschen runter. Boah, guck. Ich hoffe, man sieht das jetzt im Video. Also bringt schon was. Also von der Übung hier und so. Richtig cool. Ja, das wollte ich euch eigentlich einfach nochmal zeigen. Also wir haben jetzt hier einfach... Ich kann jetzt hier in meine echte Wohnung reingehen. Hallo. Und alles machen. Ja, aber es ist natürlich jetzt nicht so der Burner, wo man sagt, okay, wow, das braucht man jetzt unbedingt in Mixed Reality. Das ist einfach nur nice to have. Und mehr ist das nicht. Ja, da kannst du halt nebendran... Kannst du jemandem zuwinken oder siehst, wenn einer kommt, dass du dem keiner auf die Mütze haust oder sowas halt. Aber ja, ist schon okay. Ja, und wie gesagt, hier unten stellt ihr das an und aus. Da muss man erstmal drauf kommen. Ich wäre nie im Leben drauf gekommen, hier unten hinzuschauen. Da gucke ich nie hin. Was soll ich da unten hingucken? Aber gut, ja, ich meine, ich habe es einmal kurz gegoogelt und unter irgendeinem YouTube-Video hat das einer geschrieben. Und dann habe ich gedacht, ah ja, okay. Gut. Ja, unter dem Video findet ihr den Link zum Spiel. Und ja, dann könnt ihr das mal ausprobieren. Das ist eine super tolle Fitness-App. Ja, alle Infos zur App findet ihr in der Beschreibung. Und wenn ihr mehr Mixed Reality-Videos sehen wollt, findet ihr in den Infokarten jetzt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal in der Mixed Reality. Haut rein. Ciao. Ciao.